Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Warframe und wieder mit am Start ist der Hardscope. Ja? Nein. Ja? Nein. Ja? Nein. Ja? Nein. Hallihallo. Moin. Ja. Gut. Wir machen weiter mit. Ähm, Eurasia würde ich sagen. Eurasia möchte der kleine Mann. So. Ja. Bin ich klein. Nein. Doch. Vielleicht vom Alter, aber bestimmt nicht von der Größe. Doch. Wie lange. Wie groß bist denn du? 1,90. Okay, du bist groß. So, ich bin fertig geladen. Und du? Was ist los? Ja, ich gebe mal den Hamster ein bisschen was zu essen. Vielleicht geht es schneller. So, bin doch schon da. Warfer Hamster. Ich glaube sogar, dass wir das schon hatten. Ne, glaube ich nicht. Besiege 30 Gegner. Es schaut irgendwie mal ein bisschen alles so gleich aus, finde ich. So, die Karten, die schauen teilweise ein bisschen verwirrend aus. So. Bilde 30 Gegner. Das mache ich doch. So, was haben wir hier? Was? Das ist gut. Ähm, wir müssen Datenkonsolen holen. Ich habe eine Datenkonsole in der Hand. Ja, jetzt haben wir das schon gemacht. Oder täusche ich mich da jetzt wieder? Warum muss ich denn das Ding eigentlich tragen? Keine Ahnung. Ich habe das wieder so ein Gehirn. Gehirn. Du musst es tragen, damit ich die Kisten looten kann. Spalte das Ding jetzt einfach mal in der Hand. Ähm, ja. Ah, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass du die eine nehmen musst, ich die andere nehmen muss und mir die dann zu einem Punkt tragen müssen. Oh, ich habe Diamanthaut bekommen. So, zack, von hinten in den Kopf. So. Diamanthaut. Gut. Da geht es weiter. Ah, das sind wieder... Oh, oh, oh. Mücken, mücken, mücken. Gut. Elektrisiert. Oh. Nix tot. Ähm, nee. Jetzt. 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 Das sind doch Ratten, oder? Das sind schon aus wie... Kennst du die Hunde, die Chihuahuas? Die schauen auch raus wie Ratten. Sonderart schauen die auch raus. Verkackst du ja auch gerade mit Hundebesitzern. Nein, 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 das geht nicht darum. Wir haben selber einen Hund, aber... Ich weiß nicht, Chihuahuas sind so kleine laufende Ratten. So, die sind mir einiges lieber, die haben... Die kriegen nämlich nur einen One-Hit. Ich bin ganz schön machtlos hier mit der Pistole. Oh, oh. Ich bin gerade rübergekommen. Was musst du tun? Uiuiui. Mach doch auf. Genauso. So. Erstmal schön durchlooten. Oh, da hinten sind gestern. Mhm. Äh, äh. Geh! Geh! Schnell, bevor du umgekommen! Nein! Ah! Nein! Nein! Bam bam bam! Sag mal, hast du hier netzliche Dinger, die du mitnehmen kannst? Guck mal, hier liegen überall welche rum und du nimmst sie nicht mit. Ja doch, aber das ist Gewehrsmoney, die brauchen wir hier nicht. Ja, ne doch, ne. Ich dachte das sind... Aber das ist meine. Nein! Ich bin runter! Äh, okay. Das ist meins. Hahaha. So, warte mal, hier kann ich irgendwas machen? Ne, das muss ich machen, weil ich hab das Ding. Geh weg. Terminal hacken. Achso, ne, du mach. Achso, ne, du mach. So, ich kann auch was machen. Ich trage die ganze Zeit das Ding dahin. Ne, ähm, geht nicht. Ja, okay, dann muss ich's doch machen, wahrscheinlich. Ähm, Tastatur verkackt. Ähm. Hallo, Tastatur? Los, sind die Batterien leer oder was? Ja, äh, okay. Ähm. Hallo. Ähm. Unomomento. Können gleich weitermachen. Nachteil an kabelloser Tastatur. Die hab ich keine. Ähm, okay. Ähm, ja. Kann sich nur noch um Stundenhandel. Ähm. 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 Ah ja, okay, gut. Äh, kann weitergehen. Dann kannst du doch aber die Konsolen hacken. Äh, äh, okay. Oder? Geht das? Äh, Moment. Ne. Ah, benötigt Datenträger. Den hast du ja. Also bin ich das. Alter. Da treffe ich den jetzt auch mal. Wir machen die Methode. Hu! Alter. Du hast mal wieder Zielwasser trinken, ja. Alle Batch, alle Batch. Ne, 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 ne. Hey, auf wen schießt denn du? Oh. Ah. Oh Mann, warum fälle ich den immer runter? Oh. 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 Oh männer. Dinger, wir müssen beständes Terminal beschützen. Ehm, ja. Definitiv. Oh, hoch. Chill. Ah. Alta, alter! Aber ich hatte einen Hund da im dirissen. Hilfe hätte mi hijo aufhelfen bitte? Ähm. Moment, wo? Irgendwie, x Danke Darf ich? Ja Alle für einen Hab ich's bekommen Ey, diesmal nimmst du das Ding Mann, oh Kuh, geht ja ganz schön ab hier Okay, hier sind noch Kisten, die wohn ich mir immer schnell Hä, was sind denn das für Dinger? Oh mein Gott, das sind so Verfolgerminen Oh man Ähm, okay gut Wir müssen weiter, wir können weiter So, ähm, irgendwo hier Glaube ich Vermute ich Wer da nicht Ist es bei dir da unten, wo es da weiter geht? Ja Bei dir hier unten Lass mich doch mal nicht alleine Ich hab bloß ne Pistole Du nimmst ja dieses Ding Achso, ich hab die nicht gesehen Immer muss ich das machen Das weißt du ja Höher Ungeheh, der Draufgänger Oh, hei, Jakob Baum Oh, der hat's überlebt Uki doki Ähm, ja Cool Okay Da hinten Da hinten ist die Konsole Ist das ein Sniper oder was? Ja Stufenaufstieg Voll daneben Ja super, lad doch einfach mal nach Aua Hier ist ein Terminal Get me in And get ready to defend Oh Hast du den grad Geholt mit dem Fell und Bogen? Ja, kann sein Ich hab ja überquert aus die Kante geschaffen Ich hab gerade gemerkt, dass ich das Ding auch weglegen kann Ah, hier ist der Terminal Wenn ich da mal hinkommen würde Er hier unten bei mir Oh, vom Hut an Ja Sack Schkomme Ja Ja Versuch dir den Rücken freizeit Kiste Ich glaube, wir müssen ihn verteidigen Hau dann ab Kiste Kisten gehen immer vor Jetzt reicht's mir Ja Bis ich da bin mit meinen Elektro Schlagdingskirchen Dann ist der Onkel schon da Und hat alles weggeholt Oh, oh Gott Was macht der da? Die machen das kaputt Die kloppen da drauf ein Still working on it Continue to defend Boah Tuchkonsensiv Ja, deswegen rede ich auch gerade nicht so viel Obwohl ich eh die Hälfte daneben schieß Jetzt reicht's mir Geil Oh Oh Fuck Oh, klopst da nichts drauf ein So Ähm, ne neue Karte bekommen Suchenaufstieg Sehr schön Das wollen wir doch haben Oh, hast du mich jetzt erschreckt Miep, ich treffe ihn nicht Ne Ne Hallo Tastatur Hallo, du musst laufen Gibt's doch nicht, Alter Was sind die Leute mit der Tastatur los? Ist der Oh, ähm, wir können gehen sich dort Aber zuvor hole ich mir die da oben noch Zumindest was suchlichs Ja, du kannst das Zimmer oder das Ding tragen Bist du viel Spaß dabei Ähm, wir sind fertig Ja, du kannst ja das Ding tragen Das Ding Äh, ist es nicht mehr da drin? Ähm, keine Ahnung Na, ist nix, okay Na, zwei, hast du wieder einen Schwenker Ja, wie immer Ja, wie immer Ja, ja, jetzt Gut, ich mach mich mal langsam auf dem Rückweg Oh Gott Oh Gott, du auch Ja, sicher, sicher Ja, sicher, sicher Obachtrunde Ähm, tot Einer Kacke Boah, älter, du gehst ja richtig ab Tot, tot Tot, tot Tot Ah, in der Versorgung Also ich Du nicht Ja, voll Aua Alter Ja, wie du dich jetzt zerstückelst Cool Alter Alter Oah 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 Alter Was war denn das jetzt? Oah Der war irgendwie nicht, äh, ganz, äh, fresh Ach, kommen wir halt mal hin So ist es nicht da oben schon gleich die Plattform Oh, der Sengel Ach, sie sind schon tot, okay Ich klopfe da um mich rum wie ein verrückter Oh, der Unklar, die Runde mehr Schaden, wie ich gemacht Ja, du bist mehr Schaden, nicht möglich Ne, weniger wie du Stimmt Und mehr Gegner getötet So, was haben wir denn die Runde bekommen? Ähm, die Diamanthaut, die Donnerbüchse, Druckpunkt und Fusionskern Cool, das hab ich auch alles, hab ich auch in Vitalität Hab ich auch alles bekommen So, ähm, gut Ähm, äh, gut Begebt dich zur Navigationskunde Was, jetzt wieder die Navi-Konsole Ähm, ja Also was hast du vorhin gemeint Mit dem Mods Jetzt muss ich ja schon mal schauen, was ich da neu dazu bekommen hab Ähm Fähigkeitsdauer So, diese Umwandung wird durch 12.000 Küsten Bleh Blaupausen, oder wie? Ja Aber ich werde jetzt einfach verkaufen Genau, so mach ich's Ja, für was hab ich denn die Raserreihe Angriffsgeschwind Kein Quatsch, das machst du Ich hab aber nur Ich werde einfach Also das ist zwar nicht mehr, kann ich schauen Du hast ja so die kleine Zahlen an der Ecke oben stehen Bei den Karten Und so viele Karten hast du Also kann ich jetzt zum Beispiel Auf vier Karten kannst du drei verkaufen Hab ich von denen dann immer noch eine So, dann mach mal die Beschädigte rein Komm Hä Hier hab ich zwei sogar von Diamanten heute Komisch Was, beschädigt die oder was? Die Karten Ja, die Karten sind teilweise beschädigt So, X-Mods Hab ich aber da irgendwo welche gehabt Wird, ähm Also dir hier hab ich jetzt zum Beispiel doppelt Jetzt probier ich das mal Ähm Über fünfmal hab ich Ah ja, hier Fusionskern hab ich zum Beispiel fünfmal So, dann Verkauf die jetzt mal alle Verkauf die jetzt Ich hab 19 ausgewählte Mats Geht 3700 Ja, so Ich hab jetzt drei Stück Verkaufe vier ausgewählte Mots Und Nein Ich hab doch nur drei ausgewählt Hallo Normalerweise kannst du glaub ich die ganzen Orangenen Verkaufen Weil das ist doch bestimmt wieder so Stufen Sachen Äh, jetzt muss ich wieder Hm Ja, jetzt hat's alle fünf verkauft Das war, ne, hier Äh Hm Hm Jetzt, ich fürchte, dann verkaufe ich die an alle einzeln Ja Wo hab ich denn da drei, wenn ich da zwei Hab ich noch ein Funktionskern Ah, jetzt ist das So, sagen wir so Ich behalte jetzt von jedem mal eins Okay, das kann man sowieso verkaufen Weil das ist Nur wieder weniger Okay Ähm, Umlenkung 20 40 Siehst du Ah ja, okay Die rüsten sich auch wieder immer ein bisschen auf Gegeneinander Okay Okay All der Fusionskern hab ich ganz oft Rückpunkte hab ich auch öfters Die Diamanten, aber die bringen ein Zwar Stahlen wie der Strand Was? Strahlen wie der Stand Aber irgendwie Sinkt das die Energie Und Gehärte der Stahl Alle Hände Umlenken Okay, was sollen wir hier üben noch? Okay Denk mal, die Goldenen sind sowas, was so richtig gut ist Ah Jetzt warte mal Okay, diese für meinen Warframe In mein Arsenal So, geh auf Verbesserung Ah ja, okay Jetzt tun wir die mal raus Zack, zack, zack So Und wenn du die Karten auf den Punkt tust Wo rechts die gleichen Symbole sind Dann wird das halbiert, der Wert Ja, das Jetzt hab ich das aber drauf Aber das ist ja mehr ein Downgrade Ja eben Das ist mir bei mir jetzt gerade auch so Hä? Ey, das sind die Farben jetzt eher rot als grün Ja Nee Hm Was ist, wenn ich das jetzt da rein tu? Ah ja, dann wird die Fähigkeitsdauer jetzt aber wieder Hier Höher Das würde ich mir das beispielsweise da rein tun Hä? Maximale Energie brauche ich aber Ja, weil die Das würde dann von 270 auf 240 Hä? Hä? Komische war Beschädigte hebt Äh Diebesgüter hebt Mods in der Umgebung Ah ja Wenn wir das doch Ah ja, okay Oh ja, okay Meine Schildkapazität kann ich noch höher machen Okay Es hat mir jetzt wieder grün gebracht Du kannst doch keine doppelten reintun Mhm Ah ja, okay Es hat mir jetzt auch wieder was grünes oben reingebracht Jetzt bräuchte ich nur noch was für Energie Energie Geht aber Nicht Okay Na gut Ähm Ist auch egal Aber so glaube ich würde das jetzt erstmal Schauen wir mal beim Bogen Da habe ich eigentlich nicht mehr viel Ja Jetzt im Prinzip beides reinziehen Dann könnte ich das nochmal verbessern hier Schrafft das hier überhaupt nicht Bei mir ist alles rot dann oben Ach das ist sowieso Nee, du musst ein bisschen schauen, was du reinziehst Hm Spizze brauche ich ja nicht Diamantenhaut zum Beispiel Hier ist auch wieder alles rot Nahkampfscharn Kann ich aber nicht so rein Vielleicht könnte ich ja die Zuschauer mal unten reinschreiben Was das mit den roten Zahlen auf sich hat Also man weiß Es ist Es ist ein Downgrade sozusagen Aber wie man das wieder hinkriegt zum Upgrade Das würde mich mal interessieren Ich habe jetzt hier zum Beispiel Bei meinen Bei meinen Warframe habe ich das jetzt wieder hinbekommen Jetzt sind die Dinger roten Zahlen wieder weg Jetzt sind sie wieder weg Jetzt wieder alles cool War gerade eben Und wenn ich jetzt auf meinen Bogen gehe Sind sie auch weg Okay Achso Ich kann die Zuschauer ja mal reinschreiben Das gibt Sinn Ja Wenn du jetzt eine Karte reinziehst Dann werden sie grün Keine Ahnung Du musst das irgendwie wieder resetten Oder so Ja Ja jetzt kommt bei mir auch nichts mehr Gut Ähm 24 Minuten Ja Klingt doch so als Müsst du jetzt mal langsam zum Ende kommen Richtig Richtig Oder werde ich das hier einmal Lebende Aufnahmen ein bisschen weitermachen Ja Und dann sehen wir uns dann nächste Woche wieder Oder war ich jetzt dran? Ich bist gern Ja ja du warst dran Okay Dann sehen wir uns also nächste Woche wieder bei Warframe Und ja Bis dahin Tschüss Tschau